Schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den roten Edelstein erhältst. Woanders. Du dum, du dum, du dum, du dum. Kommen wir hier rüber. Boah! Ja, ist ja gut. Ja! Wann bist du? Alter! Gehst du wohl weg? Nein! Depp! Öp! Guck mal, das gibt es doch nicht. Guck mal, das gibt es doch nicht. Wie komme ich denn da nicht mehr hin? Ah! Alter! Das ist doch voll für den Arsch. Ja, dann komm auf. Machen wir es halt so. Guck mal. Hä? Okay. Die ersten fünf Level waren nur das Geplänkel. Jetzt geht's rund. Guck mal. Soll ich denn da rüber kommen, bitte? So. Na gut. Okay. Ja. Boah! Die Eisfläche sind nicht gesehen. Hä? Da runter. Ist der Bonuslevel, oder was? Jo. Ah, so geht's. Äh. Alter, rutsch doch bis zum Ende. Okay, einen Versuch machen wir noch. Okay, jetzt ist's. Grrrr! Hm. Okay, jetzt ist's. Okay, jetzt ist's. Hallo? Da haben wir jetzt eine Menge leben gelassen, das mit den Eisflächen ist saunervig, aber gut. Auch das hält uns nicht auf. Aber wo waren da jetzt? Wo hab ich den jetzt her? Wo waren der jetzt? Keine Ahnung. Aircrash. Aircrash. So, Entschuldigung. Hinweis. Eine Todesplattform erscheint, wenn du einen perfekten Lauf dorthin machst. Was verstehen wir in der Todesplattform und was ist ein perfekter Lauf? Dumm-di-dum-di-dum. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Nein, ich bin so ein Depp. Ah ja, gut. Okay, jetzt geht's wieder ans Motorboot fahren. Motor, Skateboard, wie auch immer. Tucka, 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 tucka. Nein. Aua. Nein. Ui. Nilferno. Super. Bonus-Level. Yeah. What the heck? Ah. Ja, entschuldige, bitte. Au. How should this go? Ja, danke fürs Gespräch. Wie soll denn das funktionieren, bitte? Wie komme ich denn da dran? Gucken noch mal. Wie soll das funktionieren, bitte? So, erst ist simpel. Gut. Das war's für heute. Toll. Bonus Level, was ich wieder nicht kapiere. Los Diamantos. Oh oh. Nein. Nice. Hä? Hä? Leck mich doch am Arsch und löst dich. Ha. Nicht mit dem Baba. Und nochmal Motorbötchen. Sehr schön. Hä? Nee, nee, nicht mit mir meine Freunde. Nee. 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 Herrgott. Wie soll ich denn da durchkommen bitte? Äh? So, und das funktionieren. Och, nö. Ich raff's grad nicht. Kann ich auf den Rücken von denen? Müssen wir probieren. Sonst sterbe ich das erste Mal richtig. Oh, Herrgott, im Himmel. Oh. Was? Nein. Und das letzte Leben. Das check ich überhaupt nicht. Das war eben auch, ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab. Das erste Mal in der neuen Aufnahme. Game over. Scheiße. Kann ich den Kristall nicht auslassen? Äh. Na komm, kleiner Freund. Und. Das ist's. Die. Ach so. Ich zähl. Janne, ist klar. Warum springst du nicht wieder? Okay, wir sind wieder an meiner Lieblingsstelle hier. Hallo, warum springst du nicht? Da hat mich der Bär jetzt abgeworfen. Die Sau-Pratze. Die Sau-Pratze. Die Sau-Pratze. Die Sau-Pratze. Lieblingsstelle. Okay, das mussten wir jetzt mal sehen. Das war echt lustig. Mit dem Teddybär unterm Arm. Ich check diese Stelle nicht. Ich check diese Stelle nicht. Ich check diese Stelle nicht. Oh Mann. Herrgott im Himmel. Fick dich, 15 Kisten. Ganz ehrlich. Er kotzt wieder. So. Crash Crush. Crash Julian. Was. 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 We.